Moin moin zusammen und hallo und herzlich willkommen zu diesem Fototutorial Mittwoch. Heute geht es um die EPL 7 von Olympus. Herzlich willkommen zum Fototutorial Mittwoch. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber der FH-Fotoschule und heute möchte ich euch einfach einmal ein kurzes Update dazu geben zum Kamera Lineup von Olympus. Wir haben hier vor uns liegen die EM1, das aktuelle Topmodell, die EM5 Mark II und die EM10. Von der EM10 gibt es mittlerweile eine EM10 Mark II, die haben wir aber im Moment nicht verfügbar für dieses Video, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, sondern hier vorne liegt quasi die OMD-Familie und der eine oder andere hat es bei Facebook auch schon gelesen und gehört. Ich habe zusätzlich für uns hier die EPL 7 gekauft und die möchte ich euch in diesem Video einmal ein kleines bisschen näher vorstellen. Klar, als erstes stellt sich erstmal die Frage, warum die EPL 7 kaufen, wenn man Zugriff auf die Olympus OMD-Modelle hat. Die Frage ist berechtigt. Ich sage es ganz offen, es war ein Bombenpreis am Black Friday. Der eine oder andere hat die Aktion, die wir dort im Saturn in Hamburg gemacht haben, hier bei Facebook ja verfolgen können. Da habe ich den zwei Tage mit der EPL 7 im Saturn fotografiert und mir hat die Kamera vorher schon gefallen. Ich fand sie immer sehr stylisch und das ist eigentlich auch schon der Grund. Ihr wisst es ja, wie es mit neuen Kameras ist. Man braucht sie nicht, sondern man möchte sie haben. Und ich finde sie ist eine schöne, kompakte Kamera. Wir haben jetzt hier das Standard-Kit-Objektiv des 14-42 als mechanischen Zoom dazugekauft. Kann man ganz offen sagen, der Grund dafür ist derer, dass wir das Motor-Zoom des 14-42 noch im Portfolio haben, sodass wir auch darauf zurückgreifen können. Und so war die Kamera nochmal 100 Euro günstiger und das ist ein echtes Schnäppchen gewesen, sodass wir gesagt haben, okay, die Kamera kaufen wir nochmal zusätzlich zu unserem Portfolio. Ich finde sie ist eine schöne, kleine, schnuckige Kamera. Alle Fakten bekommt ihr gleich in diesem Video von mir. Erstmal sozusagen nur so ein bisschen das Intro, warum, wieso, weshalb. Ja, ich finde sie klein. Sie wird unsere immer dabei Kamera sein. Man kann da schnell mal ein Foto mitmachen, wenn man unterwegs ist. Und ihr wisst es, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und deswegen bei uns jetzt im Moment ebenfalls im Portfolio Olympus Pen EPL 7. Und jetzt kommen wir zu den Hard Facts. Einer der wesentlichen Unterschiede der EPL 7 zu den Olympus OMDs, insbesondere zu dem halbwegs vergleichbaren Modell, nämlich der EM10, ist die Tatsache, dass die Pen keinen Sucher hat. Das heißt, ihr habt keinen digitalen Viewfinder, sondern ihr könnt nur oder ausschließlich, besser gesagt, hinten über das Touch-Display auslösen und auch gucken. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich ein Nachteil. Gleichzeitig ist es so, es gäbe theoretisch einen Aufstecksucher für die Pen. Oben ist ein elektronischer Anschluss, wo ihr einen Zubehörteil, nämlich einen elektronischen Viewfinder anschließen könnt. Dann bin ich der Meinung, wenn ihr das wirklich wollt, könnt ihr fast eine EM10 kaufen. Ihr dürft aber eins nicht vergessen und das unterschätzen die meisten höchstwahrscheinlich. Die Displays der OMDs sind sehr, sehr brillant und auch bei viel Umgebungslicht noch sehr gut ablesbar. Viel besser, als ihr es vielleicht aus der Vergangenheit von Spiegelreflexkamera-Displays gewohnt seid. Und von daher habe ich keine größeren Schwierigkeiten bei der Pen auch über das Display zu schauen und auch auszulösen. Die EPL7 bietet zudem eine Vielzahl von Funktionen, die ihr aus den Olympus-OMD-Kameras bereits kennt. Das heißt, es gibt natürlich auch Dinge wie Live Composite. Die Menüstruktur ist den OMDs sehr, sehr ähnlich. Die Kamera ist natürlich nicht so abgedichtet wie die beiden Spitzenmodelle in der OMD-Serie, der EM1 und die EM5. Sondern ich vermute es, ohne es genau zu wissen, eher auf dem Niveau der EM10. Mir gefällt die Kamera, weil sie stylisch ist. Sie sieht noch ein bisschen, sie sieht nicht so retromäßig aus, weil ihr fehlt ja dieser angedeutete im Prinzip Spiegelkasten obendrauf. Sondern sie ist mehr so ein bisschen, ich nenne es mal, zigarettenschachtelförmig. Das gefällt mir aber, ich finde sie so als immer dabei Kamera sehr schön, gerade mit dem Pancake-Zoom, dem 14-42 ist sie sehr, sehr klein und handlich. Ich habe sie hier am Olympus Black Friday selber gekauft, zusammen mit dem Standard-Zoom, also nicht mit dem Pancake, sondern dem mechanischen Zoom. Weil sie in dem Kit 299 Euro gekostet hat, was ein unschlagbarer Preis ist für diese Kameraklasse. Das finde ich wirklich richtig geil. Natürlich hat die Olympus Pen EPL-7 auch das Micro-Forceurts-Bajonett. Das heißt, ihr könnt euch aus dem großen Teich der Micro-Forceurts-Objektive euer passendes Objektiv aussuchen. Es gibt sie in Silber, in Schwarz und in Weiß. Ich finde Weiß ganz besonders stylisch. Leider war es, als ich sie gekauft habe, ausverkauft. Insofern, wir haben hier eine schwarze, was ich auch schön finde. Das Silber gefällt mir offengestanden bei den OM-D-Kameras aufgrund der Retro-Looks ein kleines bisschen besser. Auch die EPL-7 hat den 16-Megapixel-Sensor eingebaut. Ich vermute, dass es sich um den Sensor aus der EM10 Mark I handelt, ohne es ganz genau beschwören zu können. Sie hat ebenfalls einen 3-Zoll-Monitor und einen 3-Achsen-Stabi. Das heißt, der Stabi ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei den OM-D-Modellen. Aber für das, was ich damit mache, nämlich auf der Straße, mal schnell fotografieren, immer dabei haben, ist es optimal. Sie hat einen ISO-Wert, der bis 25600 geht und dazu den TruePic 7-Sensor. Und natürlich nimmt sie Videos auf im Full-HD-Modus. Ähnlich wie die OM-D-Kameras glänzt auch die EPL-7 mit einer sehr, sehr schnellen Bildfolge. Ihr könnt nämlich 8 Fotos die Sekunde machen und das Ganze über Touch oder über den Auslöser. Das ist wunderbar, finde ich, weil man eine hohe Serienbildgeschwindigkeit hat und dadurch keinen Moment verpasst. Es gibt ein größeres Unterscheidungsmerkmal zu den OM-Ds und das ist, dass ihr oben nur ein Einstellrad habt. Das heißt, ihr könnt nicht Blende und Belichtungszeit gleichzeitig verstellen, sondern müsst im Prinzip eine Taste gedrückt halten und am selben Rad drehen, um dann den zweiten Wert in dem jeweiligen Modus, in dem ihr euch befindet, zu verstellen. Das mag für die OM-D-User jetzt völlig ungewohnt sein. Für die meisten, die eine digitale Spiegelreflex haben, ist es der Normalfall, weil die meisten Hersteller nur ein Rad oben anbieten. Aber für den Umstieg von der OM-D auf eine EPL-7 ist es eher ungewohnt. Aber das werden auch die wenigsten von euch machen, die eine OM-D haben, haben sicherlich die ganz bewusst gekauft und sind auch systemseitig eher auf der, sagen wir mal, etwas höherwertigen Seite unterwegs, ohne dass ich die Pen schlecht reden möchte. Die Pen ist für mich eben einfach eine Immer-Dabei-Kamera, die auch durchaus immer im Auto mitfährt und dann mal schnell in der Jackentasche verschwindet, um schnell mal unterwegs ein Foto machen zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr es, ihr gebt gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, insbesondere mit denen, die auch Olympus-affine Fotografen sind. Das wird uns sehr, sehr freuen. Es gibt auf diesem YouTube-Kanal immer am Mittwoch ein Foto-Tutorial und immer am Samstag 14.30 Uhr den Bildbesprechungs-Samstag, wo ich fünf von euren Fotos bespreche. Ich wünsche euch gut Licht, viel Spaß, habt eine gute Zeit und macht es gut. Auf bald. Ciao, ciao. Frank Fischer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.